Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin nämlich gerade hier noch dabei, ein bisschen an meinem Set zu feilen mit dem Traum, der ist an meinem Berater. Und denn heute geht es nämlich wieder ins Velvet und da werden wir mal ordentlich abreißen. So, es gibt halt nämlich noch ein Lead, was mir mit dem Set nicht gefällt, da musst du mal gucken, welches Lied kommt davor, welches Lied kommt danach. Und ich habe jetzt hier eine andere und gucken mal, ob das einpasst. So, wir sind jetzt am Velvet angekommen. Und wir gehen jetzt mal rein, eine Schlange, ja, ein bisschen Schlange ist, ich weiß nicht, ob das denn... Ja, mal gucken, was ist los. Guten Abend! Aris! Mir geht's, Mann! Mein Name ist DJ Pimit und ich habe heute eine Mission mit euch. Ich habe die Mission, den alle komplett abzureißen! Die Mission mit euch! Doe´s Flugzeug, wo soll ich... ? Die Mission mit euch! OhUR, dass ich mir wieder ein paar Varianten do then Gill vellens. Ich hab' die Mission-Nustar erreicht! Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.